Der grönende Abschluss, Teil von Das Schicksal des Ahabenden, Kapitel 4 Der schnelle Aufbau von Askats Verdeckung nährt Misstrauen und Verzweiflung Joa, sieht doch schon Sieht doch schon ordentlich aus Äh, ja Der Gute hat's geschafft Oh Gott, ich muss lassen, äh, lachen hier Das ist einfach zu, zu geil, dass wir natürlich die Wette eingegangen sind Naja, könnte noch mindestens fünfmal höher sein Nicht mein bestes Werk, aber ihm wohnt ein gewisser Glanz inne Nun denn, wo ist meine Königin? Der ist wirklich schon fertig Krasser Shit Können wir nicht die eine Rune Wer hat dir geholfen, die Arbeit abzuschließen? Allein hättest du es so schnell nicht schaffen können Unsere Übereinkunft hat mir Hilfe von außen nicht verboten Nun, wo ist Freya? Das Warten ermüdet mich Hilfe von außen? Interessante Wortwahl Sei gegrüßt, Havi Sei gegrüßt, Baumeister Wir bringen dir deine Braut Oh Die soll sie doch so tun, als ob die sich vermehlen, ne? Dann macht er die Rune rein und dann wird er halt abgeschlachtet Warum grinst sie so schelmenhaft? Sie freut sich Sie hat keinen Appetit Hä? Was ist denn das für eine Scheiße? Ähm, es verlangt ihr nach dir Du widerst sie an Ich würde sagen, damit das perfekte Tarnungsspiel funktioniert, natürlich das Zweite Sie hungert, Baumeister Nach dir Ihr verlangt es danach, dich wie einen saftigen Leckerbissen zu verschlingen Fabelhaft Es wird sie freuen, zu hören, dass ich denselben Hunger verspüre Unsere Vereinigung wird ein Fest der Sinne werden Genug geredet Wir haben unseren Teil der Abmachung eingehalten Wirst du deine Arbeit beenden? Verzeiht Doch, warum hat sie solche wilde Augen? Sie hat etwas von einem Tier Uh Das sind ja einige Antworten hier Ich hoffe, ich mache nichts falsch Also gerne, Ventro, mir nochmal helfen Hier weiter Äh, sie hat nicht geschlafen Sie träumt von dir Sie leidet unter Albträumen Das klingt ja jetzt nicht so anwärmend, ne? Sie leidet unter Albträumen, ist doof Sie hat nicht geschlafen, klingt auch doof Ich würde auch sagen, dass sie eher von ihnen träumt Was würde Ventro sagen? Also ich glaube, wir müssen sie so richtig schön darbieten und anbieten Ähm Und Sie träumt von dir Okay, super Ob schlafend oder wach Ihre Augen sehen nur dein Bild Allem anderen gegenüber ist sie blind Geblendet von Liebe Oder Ekel Ich verstehe nicht, was du meinst Schinde keine Zeit und küss sie endlich Und besiegle deine Verlobung Ja, ein Kuss Ein kleiner Vorgeschmack auf das Festmahl Mach's doch einfach, mein Gott Herrlich Deine Lippen sind zwei Kissen auf einem Bett aus Rosenblüten Und deine so kalt und rau wie ungeschliffener Stein Was ist das für ein Trick? Stimmt etwas nicht? Ihre Stimme, sie ist garstig Mir wurde gesagt, sie wäre verführerisch Von einem Wolf Betrug! Bringt mir die echte Freya oder ich ziehe mein Angebot zurück Ich bringe mich selbst, wenn es dir recht ist Oh, zwei Freyas zum Preis von ein Das ist doch auch cool Das wünscht dir doch auch jedermann Du warst ein guter Junge, Thor Verspiel das jetzt nicht Und du, Havi Du hast angedeutet, du hättest einen Plan Ich hoffe von ganzem Herzen Es war nicht dieser Oh Gott Du wurdest missbraucht Das klingt ja auch so voll knallhart, ne? Meine Taten sind gerechtfertigt Das ist ja genau das Gegenteil Das Ergebnis ist nicht festgeschrieben Das stimmt Ich würde auch sagen, das letzte Also was sagt Ventro Ich würde auch sagen, das Ergebnis ist nicht festgeschrieben Das klingt so Es ist ausweichen zwar jedes Mal Aber ich würde das in der Situation auch so machen Moin Also das mit missbraucht finde ich scheiße Und meine Taten sind gerechtfertigt Macht rein Noch bist du niemandes preis Wenn dieser Plan misslingt Kämpfe ich für dich Bis meine Sehnen reißen Und meine Knochen brechen Habt ihr dieses traurige Schauspiel Nur für mich ausgehängt? Da spielen sich ja auf dem modernden Kadaver Eines Schweins bessere Dramen ab Beende deine Arbeit Oder leide Keine Freya Kein Schild Nach Hillheim mit ihm, Harvey Ich weiß, wo er seine Zauberfarbe aufbewahrt Zeig es mir Tor, Tür Behaltet unseren Gast im Auge Freya Ich hoffe, wir beide können uns nachher unterhalten Warum trägst du noch immer Freyas Gestalt? Zur Erinnerung, um wen es geht Verwandle dich zurück Es ist verstörend Wohin gehen wir jetzt? Ich weiß es nicht Ich habe ihn nicht pausenlos beobachtet Also du weißt nicht, wo seine Vorräte sind? Ganz sicher in der Nähe Er hat dieses Gebiet nie verlassen So gut wie nie Also wir sollen ja jetzt da runter gehen Weil Loki bemerkt einen Treiben südlich des Turms Sollen die Farbe des Baumeisters Finden Wir sind wahrscheinlich schon im Erkundungsgebiet Das heißt Wir müssen ein bisschen Rudinsicht mal schweifen lassen Weil ich glaube, die ist unterirdisch Kann er sein? Oder bin ich jetzt einfach zu dumm, das zu sehen? Ach ne, das ist einfach nur so eine Fährten-Story hier Ah, okay, alles klar Das ist manchmal auch ein bisschen verwirrend Ich töte einfach mal die Tiere Ja, von wegen töten Oh ja, so eine Kloster-Einbrecht-Tür Was sorgt dich, Harvey? Loki Kanntest du diesen Baumeister, bevor wir ihn bei Heimdals-Turm trafen? Ob ich ihn kannte? Als Freund? Oder seinen Namen? Hast du ihn eingeladen? Ich Das hab ich Ja Er rettete meinen Sohn aus Jöttenheim Also brachte ich ihn her und half ihm Arbeit zu finden Das ist alles Bring das in Ordnung, Loki Oder der Blutschwur, der mich bindet, es verwirkt Für dich und deinen Sohn Ist das klar? Wie der wolkenlose Himmel, Harvey Nee, Angstgar, das ist jetzt nicht live Das ist bloß aufgezeichnet Deswegen kann ich auch nicht deine Nachricht lesen Weil das alles nur aufgezeichnet ist Wir brechen jetzt hier die Tür ein Ich glaube ja Das ist auch wieder nur so eine Falle Da kommen wieder die blauen Avatar-Menschen hier Einfach alle töten Hier haben wir auch noch eine Mietekatze Die hat mehr Leben als die Blauen Kumpanen hier Wir haben so viel gesoffen, dass sie schon blau sind Oder die Mannen, die die ganze Zeit blau Die weigern sich zu arbeiten Oder die kommen von Schlumpf aus Viele Möglichkeiten Ja alter, wir müssen hier wirklich jetzt die Scheiße raustragen Ich habe die Farbe Ich habe die Farbe Äh, ja Wir müssen jetzt hier raus, ne Wieder ganz normal raus Die Postboot-Mission Death Stranding Volume 2 Wir gehen hoch Auf deinen Rat hin Finde einen Weg, seine Arbeit zu behindern Sonst biete ich ihm dich als Lohn Stets zu Dienst Rabengott Loki wird auch so ein bisschen Fallout Äh, vor-Vor-Laut Nicht Fallout Fallout ist ein Spiel Maxi, schön, dass du da bist Hä, welche Falle Welche Falle Oh Gott, ob das so einfach möglich ist Er braucht meinen Huger Ich bin durch die Magie eures Reiches an ihn gebunden Du hast unser heiliges Wasser entfalt Wir haben jeden Grund, dich zu töten Sehr schlüssig Man sollte dich den Gottesrückblick nennen Allwissend Im Nachhinein Ich beende die Entschrift Baumeister, du bleibst bei mir Die anderen geht Elhas Zum Schutz Ja, das hat er sich wohl anders vorgestellt Der Gute Aber ich glaube, das wird irgendwie nach hinten losgehen Der Grinch ist auch schon so blöd Du feiger Wurm Geißel meiner Sippe Du brachst Eide Und Schäde Ich habe diesen Turm nicht gebaut Um deine Feinde fernzuhalten Was bist du denn jetzt? Boah, der Baumeister, der sieht ja jetzt aus wie der Der Baumeister sieht ja jetzt aus wie der Night King hier von Game of Thrones So ein bisschen Nicht 100% ist so klar Wir siegen den Baumeister Was ist das denn? Verdammt daneben So Der hat hier hier oben Eine Schwachstelle auf dem Kopf Deswegen leuchtet die ja schon so Aber selbst Oh, Alter Was ist hier los? Ja, ja, ja Besser den Kopf beschießen Für den Arsch hier So, jetzt kommt hier eine Zwischensequenz Ich glaube, es geht in Runde 2 Okay, hier muss man ein bisschen flotter sein jetzt Oh, 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 oh Also stehen bleiben ist ja nicht so geil Oh, 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 oh Also er hat auf jeden Fall diesen Tritt Also Nahkampf ist eigentlich scheiße Aber Fernkampf ist jetzt auch nicht so das wahre Aber hier, wenn man Zeitlupe hat Dann kann man natürlich ein bisschen Schnell versuchen, ein paar Schaden zu machen Also hier muss man wirklich viel ausweichen Komm, brenne doch Du Hund Ich glaube, er brennt jetzt auf Eine Frage der Zeit, dass er stirbt Also der Baumeister Ich wusste zwar, dass der nicht ganz normal ist Aber das ist ja schon die Härte Schluck deinen Hammer Ich kann eigentlich direkt im Magen rein Ja Ist der Jötun tot? Und seine Magie stirbt mit ihm Beunruhig dich das, Trickreiche Was willst du andeuten? Steckst du dahinter? Du ehrloser Verbieger der Wahrheit Was weißt du schon von Ehre, Freya? Du hattest mehr Männer in deinem Bett Als Midgards Hallen fassen Ausgerechnet du urteilst über fleischliche Gelüste? Du hast einen Wolfswelten gezeugt Ich werde mich doch nicht vom Herrn der Kleinlichkeiten Maß regeln lassen Dessen Lanze sich regt, wenn er Gesetze zitiert Und bevor du mit deinem Hammer drohst, Thor Denk daran Ohne ihn wärst du nicht mehr als ein Troll Nur doppelt so dumm Du eitriger Hodensack Voll der fauligsten Absonderung von Ümirs Leiche Kein Schwur lässt mich so etwas erdulden Und doch wirst du ihn nicht brechen, Harvey Das kannst du nicht All deine Mühen, dem Schicksal zu entrinnen Werden dich nur weiter aus seinem Pfad voranbringen Wenn du nicht aufpasst Wirst du womöglich zum Quell deiner eigenen Vernichtung Lass ihn Er wird kaum Schaden anrichten Solange sein Sohn in Gefangenschaft ist Stopfen wir ihm das Maul mit Eis Und dann hört er auf zu plappern Was nun, Weisester? Wir sind wieder zurück am Ausgangspunkt Ragnarök kommt Und wir sind nicht sicherer als zuvor Es gibt vielleicht eine Lösung in Jötunheim Sie nennen es Huga-Magie Ich werde dorthin reisen, um es selbst zu sehen Bis ich die endgültige Fessel habe Darf Lokis Sohn diese Insel nicht verlassen Bald wird sie als Zuflucht aller Wölfe dienen Ich wache über ihn Wisst ihr, wer das hier ist? Als wäre er mein eigener Sohn Tür Dann überlasse ich das Reich deinen fähigen Händen, meine Königin Sollte ich selbst mit leeren Händen zurückkehren Werde ich mich dem Schicksal fügen Wisst ihr, wer dieser Tür ist? Also das fiel mir jetzt erst auf Das es ja Sigurd ist Das ist Sigurd Das ist Sigurd mit Haare Aber exakt die gleiche Stimme Das ist so witzig Ja, durchschreite das Tor nach Jötunheim Da sollen wir jetzt hin Ich weiß gar nicht, wie weit das ist jetzt Ja, es ist hier irgendwo Aber wir können ja jetzt nicht schnell reisen Da würden wir aufwachen Gibt es auch keinen Schnellreisepunkt Ja, dann gehen wir ja hierher Das ist Sigurd gewesen Tür Ich dachte, hey, mir kommt die Stimme so bekannt vor Mir kommt die Stimme irgendwie bekannt vor Und dann habe ich so ein bisschen in seinen Augen reingeguckt Und habe wieder diese blauen Oder ja, diese Augen so gesehen Die Augenfarbe Und dann fiel es mir ein, dass er Sigurd ist Aber Sigurd sieht natürlich komplett anders aus als Ava Ava sieht ja wirklich fast aus wie im Hauptspiel Und Loki Ja, eigentlich auch ziemlich Der hatte auch keine großartige Style-Änderung gehabt Ja, reit hier Reiten wir mal da hin Also wir sollen ja jetzt das Tor Durchschreit nach Jötunheim Ventro schreibt Es kommt noch die Jötunheim-Saga Und dann geht es zurück nach Asgard Also noch viel zu tun Also wir haben da noch ordentlich was vor uns Mit Schrittgeschwindigkeit Gehen wir mal diesen Weg lang Ich komme mir vor echt wie jetzt so ein bisschen So wie der Weihnachtsmann Bisschen so Auf dem Rentier Und bestimmt von außen sieht es aus, als ob ich fliege Schade, dass es keinen roten Mantel gibt so Mit einer Pelzmütze So ein roter Pelzmütze So halt dieser klassische Coca-Cola-Weihnachtsmann Ach, ich darf ja hier Namen Marken hier gar nicht sagen, glaube ich Der Cola-Weihnachtsmann So Gehen wir mal raus Oder beziehungsweise rein Ne, raus Aus Asgard raus Das war der Quest Der Grön in der Abschluss Und Kriegen auch natürlich viele, viele Erfahrungspunkte Ja Jetzt sind wir hier natürlich am Tor Und es wird kalt Avor ist erfroren Wir machen wieder auf Ja, schön Maxi, dass du wieder da bist Freut mich sehr Schön, dass es dir gut geht Wie er Wenn du richtig geschrieben hast Uns geht es allen gut Gott sei Dank Das ist die Hauptsache Joa Und es sieht auch aus Als ob Avor jetzt Ja, wach geworden ist Und wahrscheinlich Geht da dann erst die zweite Story dann los Dein Gesicht strahlt Und deine Augen scheinen klar Sag mir, was du gesehen hast Blonde, brünette Rothaarige Willst du Details? Was wir da gemacht haben? Ich sah durch Odins Augen Ich besprach mich mit Loki Ja, vier Antwortmöglichkeiten Das gab es ja auch noch nicht, oder? Ich sah durch Odins Augen Ich besprach mich mit Loki Ich fürchte dem Beginn von Ragnarök Mehr kann ich nicht sagen Ich Ja Sah durch Odins Augen Ne, ich besprach mich mit Loki so Ich besprach mich mit Loki, dem Trickreichen Wir stritten oft wie Geschwister Doch unsere Kämpfe wurden ernster Und als ich erfuhr, dass er ein Wolfskind gezeugt hatte War mein Zorn grenzenlos Weil er diese Wahrheit vor dir verborgen hatte? Ja Er wusste, dass Wölf in Asgard nicht gestattet war Er widersetzte sich meinem Befehl Vielleicht solltest du es deswegen sehen Es sollte dir helfen, deine innere Angst zu überwinden und Vergebung zu finden Mag sein Aber bevor meine Vision endete Überkam ich eine Entschlossenheit Ich erdachte einen Plan Eine Reise nach Jirtunheim Und dann Erwachte ich Die Drogen halten nicht so lange Gab es noch etwas? Du musst stärkeres Gebräumixen Ich sah durch Odins Augen Ich war durch Odins Augen Wie du gesagt hast In jeder Vision nahm ich seine Gestalt an Und lebte wie er einst In seinem Körper war ich ich selbst Doch ich wurde von seinen Launen getragen Ich las seine Gedanken Wie meine eigenen Wir waren zwei Aber existierten als einer Und was hast du erfahren? Mehr als alles andere habe ich gefühlt Ich habe alles gefühlt Seine Ängste, Zweifel, seine Liebe und Leidenschaften Unglaublich Was noch? Unglaublich Was noch? Ich fürchte den Beginn von Ragnarök Eine Prophezeiung Sie warnte vor Ragnarök Der Zerstörung der Welt Dem Ende der Zeit Und die Nornier Sie warnten mich vor dem Fenriswolf Weil er gierig nach meinem Blut dürstet Doch da war noch etwas Hoffnung Ich schritt dem kommenden Ende unerschrocken entgegen Vielleicht spricht dieser Teil deiner Vision Von Mut Du wurdest wirklich von den Göttern berührt Was noch? Ja das war es auch schon Was noch? Was noch? Mehr kann ich nicht sagen Sonst war da nichts Das wichtig gewesen wäre Der Traum ist verblasst Darauf eine Rauchen Die sieht auch aus wie eine Kifferin Quest in die Welt der Träume Ja das war es auch schon